Die Temperaturen, die gehen in den nächsten Tagen Schritt für Schritt wieder in die Höhe. Der November, der startet damit zu warm. Willkommen beim Wetter. Heute hat es in einigen Teilen von Kärnten aber noch einmal so ausgeschaut. Vielen Dank da für Ihre Fotos an extra.orf.at. Dieses junge Mädchen hat sogar Schneemänner gemacht. Hoffentlich gibt das morgen keine Tränen, wenn die wieder weg sind. Uns erwartet ein Mix aus Sonne, aus Wolken und aus Nebel. Vor allem die erste Tageshälfte, die wird recht trüb. Erst ab Mittag lockert es dann immer mehr auf, den meisten Sonnenschein. Den gibt es in den Bergen und entlang der Donau. Durch den Föhn erreichen die Temperaturen morgen 6 bis 16 Grad. Sehr mild wird dann auch das Wochenende. Nach Allerheiligen haben wir um die 15 Grad am Samstag zu aller Seelen. Am Sonntag sind es um die 16 Grad. Da kommt dann auch ein bisschen Regen von Italien zu uns rüber. Und wie lange bleibt es so mild? Da schauen wir uns jetzt hier beim 15-Tage-Trend für Bregenz an. Und hier sehen wir, dass nach diesem sehr, sehr milden Wochenende die Temperaturen langsam wieder Richtung Durchschnitt gehen. Von einem Wintereinbruch sind wir aber weit entfernt. Hier bei uns folgt jetzt die ZIB 20. Und danach wünsche ich Ihnen einen schönen Fernsehabend mit dem Programm von ORF1.